Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zur späten Stunde. Ja, der FC hat wohl doch einen verpflichtet und zwar einen Innenverteidiger und der liebe heiße Nikola Soldo. Ja, freut mich natürlich erstmal mega, dass anscheinend doch noch ein Transfer geglückt ist beim 1. FC Köln. Gerade in der Innenverteidigung, klar, es wäre mir natürlich auch lieber gewesen, wenn wir vielleicht noch einen Rechtsverteidiger geholt hätten. Aber trotzdem bin ich erstmal froh, dass wir hier wohl einen Neuzugang erstmal haben. Und wie gesagt, Nikola Saldo, der Vater oder so, soll ja auch beim FC Trainer gewesen sein früher. Wie gesagt, ich kenne den Spieler jetzt nicht, freue mich aber trotzdem, dass er um 13 Uhr morgen vorgestellt wird beim 1. FC Köln. Und wünsche ihm natürlich auch viel Glück, herzlich willkommen schon mal im Voraus in der schönsten Stadt Deutschlands. Und ja, wie gesagt, bin echt froh, dass das jetzt doch noch funktioniert hat. Ähm, wie gesagt, der liebe Tobi hat ja auch schon ein Video dazu aufgenommen. Auch er ist ja da immer sehr, sehr schnell, muss man sagen. Also schaut auch gern bei ihm mal vorbei. Und, ähm, ja, schreibt gern mal eure Meinung auch in die Kommentare. Was sagt ihr zum, dem Spieler? Sagt ihr, jo, das ist richtig wichtig und, ähm, dass wir überhaupt noch einen geholt haben. Ähm, vielleicht kennt aber auch der ein oder andere den Spieler noch schon besser. Ähm, schreibt dann gern mal rein, wie ihr den findet. Würde mich mal sehr interessieren. Wie gesagt, ich bin einfach froh, dass wir noch einen geholt haben jetzt. Ähm, wie gesagt, klar. Am Ende kann man auch sagen, naja, ein Stürmer und auch ein Rechtsverteidiger wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn die alle drei noch, äh, passiert wären. Aber ganz ehrlich, lieber einen als gar keinen. Und ich war schon sehr, sehr, ähm, ja, irgendwie traurig und, äh, hatte auch schon sehr, sehr Bauchschmerzen, äh, als ich dann wirklich das Video auch aufgenommen hatte mit dem Deadline Day. Und wo ich dann auch gesagt habe, dass da keiner gekommen ist. Wie gesagt, stand jetzt ist es, ist einer gekommen. Und, ähm, das freut mich natürlich schon sehr. Und, ähm, ja, wie gesagt, wichtig, wichtig. Ich hoffe natürlich, dass er gut ist und dass er auch, äh, bei Köln sehr, sehr gut ankommt. Gerade auch in dem System beim Steffen Baumgart. Ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob Nicola Saldo, er, äh, Soldo, er einer, äh, für Backup ist, für Luca Kilian und auch, ähm, ja, Timo Hübers. Oder ob er sich auch da vielleicht in die Startelf spielen kann. Wie gesagt, mal schauen. Konkurrenz ist immer gut. Von daher, mal schauen, wie das wird. Ähm, ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und ein Like. Vor allem, ähm, wie gesagt, ich melde mich, sobald es wieder was Neues gibt. Aber ich denke mal, mehr Transfers wird der FC nicht in der letzten Sekunde noch verpflichtet haben. Also ich glaube, das wird jetzt der Einzige bleiben. Äh, vielleicht noch irgendwie, ähm, habe ich nämlich auch falsch im Video gesagt gehabt. Ich hatte ja gesagt, äh, der FC wird jetzt bis zur Winterpause keinen mehr holen. Ist natürlich nicht ganz richtig. Klar, es gibt auch noch Vereinslose, wie zum Beispiel den Brooks und so weiter und so fort. Also es gibt da noch ein paar, äh, auch Rechtsverteidiger, die man da, Brosinski zum Beispiel, einer, der auch Kölner zumindest, äh, ganz stark erinnert. Der hat nämlich auch früher bei Köln gespielt, dann war er bei Mainz. Und jetzt scheint er wohl auch vertragslos zu sein. Also auch der wäre vielleicht nicht schlecht für den 1. FC Köln. Wie gesagt, der kennt die Stadt schon, spricht auch Deutsch. Also von daher, auch der Nikola Saldo spricht übrigens Deutsch. Also von daher, da achtet der Steffen Baumgart ja schon drauf, dass man im Team halt Deutsch spricht, damit man da halt keine Kommunikationsprobleme hat. Und, ähm, ja, deswegen, also mal gucken. Vielleicht kommt ja doch noch der ein oder andere dazu. Äh, mal schauen, weiß man ja nicht. Ähm, aber, wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall dann, äh, früh genug benachrichtigen, sobald es was Neues gibt. Wenn es nichts mehr Neues gibt, dann sehen wir uns auf jeden Fall am Samstag um 15.30 Uhr. Denn da spielt der 1. FC Köln ja gegen den VfL Wolfsburg. Ich werde das natürlich live kommentieren. Also von daher würde ich mich freuen, wenn ihr da auch einschalten würdet. Und da können wir natürlich auch über den neuen Spieler, äh, sprechen. Vielleicht, ja gut, spielen wird er da noch nicht. Äh, das glaube ich eher weniger, wenn er morgen, ähm, ja, vorgestellt wird. Das wird noch nicht funktionieren. Aber, äh, trotzdem spätestens danach die Woche wird er auf jeden Fall spielen. Und vielleicht auch schon gegen Nizza, wer weiß. Äh, deswegen mal abwarten. Und, äh, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und bis dahin macht's gut, euer Niklas. Und ciao.